Als ich vor einem Jahr aus dem Urlaub nach Hause gefahren bin, hatte ich leichten Husten. Ich musste deshalb zum Arzt und alles, was dann dabei entdeckt wurde, hat das vergangene Jahr ziemlich stark geprägt. Heute fahren wir wieder aus dem Urlaub nach Hause oder fahre ich wieder aus dem Urlaub nach Hause. Wir sind hier gerade, man sieht es vielleicht im Hintergrund, in Bastia, in Korsika noch im Hafen. Jetzt dann fährt das Schiff los und für mich ist da wieder so der Beginn eines neuen Jahres, jetzt nach der Sommerzeit, nach den Sommerferien. Mal gucken, was kommt. Es gibt ein Lied, das wir, finde ich, eigentlich viel zu häufig ausschließlich bei Beerdigungen singen. Dabei ist es eigentlich zum Jahreswechsel geschrieben. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das wünsche ich uns allen jetzt für die kommende Zeit, wenn es dann auch wieder hineingeht in den anderen Alltag, für viele nach den Ferien oder für diejenigen, die vielleicht den Sommer auch ein bisschen ruhiger genießen konnten. Und wünsche uns, dass wir uns geborgen wissen dürfen, jeden neuen Tag. An den schönen Tagen, in dem was Schönes auf uns zukommt und auch an den schwierigen Tagen und in der schwierigen Zeit. Alles Gute euch, bis bald und macht's gut. Tschau.